Die Zeppelin Hindenburg Mondphase ist eine unserer beliebtesten Uhren und es fällt nicht schwer zu verstehen, warum. Neben dem wunderschönen Ziffernblatt überzeugt auch das besonders flache Gehäuse, zudem sind die Modelle auch in Damengröße erhältlich. In diesem Video möchten wir dir neben dem Design aber vor allem die Funktion der Uhr näher vorstellen und beginnen mit der namensgebenden Mondphase-Funktion. Diese zeigt an, wie der Mond in der jeweiligen Nacht aussehen wird, außerdem ob der Mond aktuell zu- oder abnimmt. Die Uhr hat auch eine ausgefallene Datumsanzeige, die an den Look eines Chronographen erinnert. Statt der Chronoanzeige befindet sich im linken Hilfsziffernblatt die Wochentaganzeige und das Datum im rechten. Sogar die Kalenderwoche wird über einen Sichelzeiger ganz außen angezeigt. In diesem Beispiel haben wir Freitag, den 6. in Kalenderwoche 13, bei zunehmendem Mond. Wie du siehst, ist die Technik bei der Datumsanzeige einigermaßen komplex. Deshalb gibt es ein paar Besonderheiten zu beachten, die zwar auch in der Bedienungsanleitung stehen, die wir hier aber nochmal betonen möchten. Um nicht in die komplizierten Schaltvorgänge einzugreifen, solltest du am Sonntag und am Montag keinerlei Einstellungen an der Uhr vornehmen. Zudem darf das Datum zwischen 22 und 5 Uhr nicht verstellt werden. Ansonsten könnte die Uhr beschädigt werden. Um den versenkten Drücker bei 2 Uhr zu betätigen, könnte es notwendig sein, ein geeignetes Werkzeug oder einen Kugelschreiber zu benutzen. Als eine der wenigen Uhren hat die Hindenburg-Mondphase noch ein Hesalit-Glas, wie es schon seit bald 100 Jahren in der traditionellen Uhrmacherei verwendet wurde. Beispielsweise auch bei der ersten Uhr, die auf dem Mond war. Hesalit lässt sich stark wölben, ohne instabil zu werden. Und lässt so sehr schöne Designs zu. Gegenüber Mineral- oder Saphirglas ist es aber weniger kratzfest. Nicht so schlimm, denn Kratzer lassen sich aus Hesalit mit einer Tube-Polywatch und einem Wattepad leicht per Hand herauspolieren. Die Zeppelin-Hindenburg-Mondphase. Ein Zeitmesser mit vielen interessanten Details. Viel Spaß mit deiner Uhr. Die Zeppelin-Hindenburg-Mondphase.